Wollen wir wieder eine Fahrt vorschlagen, komm wir machen das nächste, Rallying Hell, ist vorgeschlagen. Die Frage ist, ob du das dann auch mal vorschlagen kannst, Frenzy, das wäre natürlich krass, dann ist es so, wir können das Topf machen. Wir machen ein bisschen geräuschig, tücheln das gleich. Okay. Das Schwein nervt mich, das Schwein nervt mich, lass das zu uns essen. Ab auf den Grill mit dir. Du musst eigentlich die ganze Zeit von Essen reden. Okay, ich habe diese Crimson's Hell, also rechts. Ja, ich auch, aber egal, gut, dann machen wir deine. Wo ist, bleibt der Dicke? Achso, ich glaube, drei reichen schon mal. So, das Aufeinandertreffen mit der armseligen Crew und der Crimson Hell. Achso, du hast jetzt das doppelt gemacht? Ist das nicht das, was wir gerade eben gemacht haben? Weiß nicht. Das Erste? War das das Erste? Äh, Moment, einen Augenblick, ich guck mal. Das haben wir gerade schon gemacht. Na, ist das nicht dieselbe Insel? Ja. Ja, nice, dann ab wieder hin da. Geht das nicht? Weiß nicht, ob das geht. Naja, das geht nicht, das sind ja keine Skelete. Na, vielleicht kommen die. Guck mal, was ist denn das da links? Das haben wir noch. Ja, Sabi, du musst den auf dem Boot lassen. Mitnehmen wäre blöd. Dann hast du den ja immer in der Hand. Ja, aber wo? Hier ist noch Loot, Leute. Holzbretter. Loot, 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 loot. Und nochmal Holzbretter. Okay, loot. Was ist das? Kann ich dir hier machen? Ich kann das Schwein mit einer Banane füttern. Guck mal, Mann. Hat dir das eigentlich gepackt? Ja. Du hast mich gefragt, warum das, ob das, dass es durchbrechen kann, ne? Guck mal, wo ich jetzt drin stehe. Wie kannst du es denn füttern? Mit R so, aber das rennt die ganze Zeit. Jetzt habe ich es gefüttert. Oder? Fütter. Ey, toll, das bringt gar nichts. Jetzt frisst du es, guck. Oh, ist das süß. Für die Schwein. Ne, ich glaube, man kann nicht doppelt machen. Goldgestreiftes Schwein mit Banane füttern. Goldgestreift ist natürlich auch krass. Oh, es futtert. Oh, jetzt hat es Schluck auf und jetzt hat es sich erschreckt. Schade, wir können das hier nicht nochmal machen. Dann lass das abbrechen und dann müssen wir das später nochmal machen. Dann müssen wir das zweite machen, das zweite Quest. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Sehr schade. Ist jetzt schon wieder Gewitter irgendwo? Ne. Oh ja, braut sich zusammen. Wie, wer schon wieder schießt? Wer schießt hier? Ja, dann machen wir abbrechen. Ja, ihr müsst auch nochmal verbrechen. Oh, die Sau geht gar nicht. Ey, wir müssen aufpassen. Das hat Lucky doch gesagt. Das Schweinchen wird jetzt immer lauter, weil das verhungert. Hä? Du wirst dich füttern? Klar, guck mal, oder? Ne, du kannst füttern. Ja, du kannst füttern. Oh, Ami, 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 Ami. Wie es auf dem Bett liegt. Ich glaube, das möchte keine Banane. Komm hier, ihr müsst... Ach so, habt ihr. Okay, ich mache mal das nächste. So, bitte einmal abstimmen. Okay, ja, ja. Boah, die Sau, die wird aber echt immer lauter. Okay. Gut. Das Gerangel mit der armseedigen Crew. Der Welling How. Gucken wir mal. Wo wir dafür hin müssen. Beziehungsweise ist das wieder so ein Rätsel. Jetzt muss man wieder Rätsel lösen. So, wo war das auf M? Aber das haben wir schon. Tatsächlich. Die Suche nach Wissen. Ach nee, doch. Äh, ich habe zweimal das gleiche. Zuletzt auf der Sandy Shallows gesehen. Okay, jetzt müssen wir Sandy Dingsbunds auf der Karte suchen. Äh, können wir Nestle Oberg? Nee. Wir suchen Captain The Greater White. Ah, okay, ich habe nämlich zwei. Ja, das erste, was du jetzt noch mal geöffnet hast, ist. Ah, okay. Jetzt auf der Karte müssen wir suchen. Sandy Shallows. Geh mal mitgucken. Das dauert nämlich immer ein bisschen. Ich glaube, so weit ist es davon nicht entfernt, oder? Das sind ja die Anfangsdinger. Da ist es doch schon. Da, da, da. Da, genau. Okay, aber wollen wir erst mal zurück zum Outpost? Weil wenn das Schwein wirklich verhungert, wäre natürlich schade drum. Ja. Oh Gott, wenn es dann stirbt. Die arme Sau. Wie komme ich denn hier raus? Okay, jetzt kann jemand anders da ans Steuer? Nun, den willst du, oder soll ich? Dann komm zu. Wie komme ich denn jetzt hier wieder von der Karte raus? Ah, so. Na gut, dann, äh, ich gehe ans Steuer. Schnell weg hier. Ankerlichten! Ihr müsst aber sagen, wo wir hin müssen. Jetzt dann mal durchs Gitter lunschen. Dem, 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 dem. Und vor allem Segel hissen. Ne, hissen? Wie heißt denn das? Hissen ist hissen, nicht hoch machen. Äh, einfach das Schwert ziehen auf eins drücken. Mach das mal nicht ganz runter, das hintere. Das wäre vorteilhafter. Boah. Mitten rein. Mach das mal ein Stückchen hoch, bitte. Das hintere, das große. Ach, wo ist es? Hinter ist es ja gar nicht. Eigentlich wäre es voll sinnvoll, das hinter mir zu machen, oder? Das in der Mitte eigentlich oben zu lassen. Ja, so reicht eigentlich schon. Und das hinter mir, guck mal, hinten ist auch noch eins. Ich will das einfach immer unten lassen. Aber sag mir mal, wo lang. Francie oder Remke, einer von beiden. Ah, wo bin ich schon wieder? Ah, ich bin schon wieder gemutet. Ah, da, scheiße, sorry. Also wo lang? Okay, ich hab grad schon so runter. Hier rechts, oder was? Ist das ein Outpost? Moment, ich guck mal. Ja, 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 genau. Okay, das ist die Insel, ja. Genau, das ist die. Guck mal, ihr könnt hinter mir das Segel eigentlich runter machen. Aber hinten kann man ja nicht gucken. Äh, mit B? Äh, einfach mal dein Schwert ziehen, Sabi. Oh, da ist er schon. Ich müsste schon langsamer werden. Ja, viel, viel langsamer. Oh ja. Oh ja. Okay, Moment. Äh, ich mach mal, ich setz mal den Anker. Ja, aber denk dran, wenn wir das zu oft machen, kann das Schiff kaputt gehen. Aber das kommt gut, das kommt gut. Oh, das schneidet trotzdem gegen. Echt? Nö. Perfekt. Ah, Gott sei Dank. Okay, ähm, jetzt können wir das Schwein mal verkaufen. Sabi ist immer noch da drin. Sabi, versuch mal dein Schwert zu ziehen auf der Eins. Oder mit dem, ähm, Mausrad drehen. Dann mach mal X. Oder mach mal... Hast du das Schwein? Nö. Okay, dann nehm ich das Schwein. Komm, Sau. Ich weiß gar nicht, bei wem man das... ...los wird. Huch. Oh, das Ertrinken. Man kann ja sogar neue Schiffssachen holen, ne? Aber die sind mega. Guck mal, wie teuer die sind, ey. Alter. 70.000. Ich weiß gar nicht. Nicht Sherry. Guck mal. Schweinestall verkaufen. Mit Kauffrau reden. Ne, wo können wir denn die Schwein... Wo können wir das Schwein verkaufen? Können wir irgendwann mal das Segel mit den Bierchen nehmen? Drück mal F, Sabi. Geht Sabi, äh, geht F. Oh. Alter. Ja, ich bin mir erschrocken. Aber wer nimmt denn Tiere? Hier, der? Wie das Geschenk. Ne, der Sammler nimmt das nicht. Nimmt denn Tiere? Aber ich muss das doch finden. Es gibt, glaube ich, einen Extra, der Tiere nimmt. Ausrüstungstür öffnen. Geh gegen, okay. Ne, der Hut-Typ. Ne, wer nimmt denn Tiere? Oh, die will ja einen Hackbraten draus machen. Ne, auch nicht. Guck mal, hier welche? Ne. Lucky, wo kann ich den... Wo kann ich den verkaufen? Den Hammel hier. Ne, Hammel ist es ja nicht. Ich kann nur den Schweinestall verkaufen. Aber den will ich ja nicht. Äh, den... Ja doch, den Schweinekäfig. Huch! Aber ist denn... Da ist ja der Stall weg. Wo hast du es verkauft? 85 bringt das Schwein nur. Aber da ist jetzt der Dings weg. Jetzt müssen wir einen neuen finden. Bäh. Das ist ja doof. Ich dachte, man kann nur die Sau abgeben. Aber hey, wir haben die ersten Taler verdient. Hier ist ja noch zu. Oh, oh. Wir können aber auch mal mit dem geheimnisvollen Fremden noch mal reden. Franzi, komm mit. Ich zeig dir mal einen geheimnisvollen Fremden. Zu dem darfst du nicht ins Boot steigen. Du wolltest ins Auto sagen. Guck mal, der hat leuchtende Augen. Ja, oh. Bei mir war es letztens eine Frau. Sehr gut. George, mein Name und den Schlüssel... Was? Und den Schlüssel, ich bewahre, erlangte durch unglaubliche Taten vor unzähligen Jahren. Oh, der redet in Dingsbums. Kommst du zu mir mit geringem Ansehen? Nein, so liegt mein erstes Ziel bei der Kompanie 5, nicht 10. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Er spricht den Rätseln. Ach, egal. Alle Falkenauge. So, Leute. Mach mal nächste Crest, oder was? Ei, ei, Sir. Sandy Shelley, oder wie das hieß. Genau, das musst du jetzt immer machen, wenn wir zu einer Crest aufbrechen. Yo, hee, hee, reizblaue Vergnügen. Dem, 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 dem. Wir brauchen eigentlich noch einen Schlachtruf. Da fällt mir eine Geschichte ein. Und zwar, ich war einmal beim Hamburger Dungeon. Ich weiß nicht, ob du da auch schon mal warst, Chris. Nee, tatsächlich noch nicht. Musst du unbedingt mal hingehen. Ey, warum? Was denn? Wir haben hier einen Rohrbruch im Keller. Rohrbruch? B für Becher. Nee, das ist nur vom Regen von vorhin. Ach so, ach so. Und dann brauchtest du so einen Schlachtruf. Und dann haben wir wirklich den dümmsten Schlachtruf aller Zeiten gehabt. Und zwar, hey ho, let's go, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Zicke, 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 hoi. Oi, oi, oi. Hühnerkacke, Hühnerkacke. Pui, pui, pui. So. Okay, Leute, Farmer. Ihr müsst auf der Karte, ist das markiert? Mhm. Hoffe ich. Wo sind wir jetzt da? Aufi, meine Damen und Herren. Wo, warte mal, wo ist denn das? Hä? Ist das gar nicht mehr markiert? Nee, wo müssen wir eigentlich hin? Ich weiß nicht, wie man die Karte öffnet. Nee, wir müssen zuschauen, was hat ich markiert? Shelly, die Shelly ist es. Sandy, Sandy, oh Sandy. Ich hab's markiert. Mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Müsste mal erst nach links. F oder G. Nö, geht bei mir nicht. Ich muss wieder was anderes drücken. Ah. Der Eimer ging. Okay, Leute, dann, äh, wer fährt? Franzi fährt. Okay. Jut. Moment. Moment. Noch gar nicht da. Ja, Jesus. Wann ist den Dungeon in Hamburg nicht so gut? Nee, das ist heftig. Also, das ist richtig heftig. Wir sind nach links, oder? Wieso? Zwischendurch fast nicht. Ich hab' mir in die Hose gekackt. Ich steh' auf sowas. Okay, wir müssen nach... Ja, aber volle Kanne nach links. 45 Grad nach links. Also, ich fand das Dungeon gut. Ja, es war auch mega gut, aber es war halt nie... So, pass auf. Ich geh' mal schnell für kleine Let's Player und, äh, einer muss mal auf die Karte gucken. No name, du vielleicht. Oder Sabi. Aber, Sabi mit Ansagen ist schlecht. Äh, no name, hier. Komm, anja, hier. Oh, 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 oh. Guck, die wieder auf. Hier einfach, da siehst du ja links den Kreis. Okay, geh halt runter zur Karte, weißt du? So, ich mach mit Sabi hier vorne Titanic. Sabi, du musst zeigen, du musst vorne stehen, du musst zeigen. Los, stell dich hin. Wo müssen wir denn hin? Das Handy, ne? Wir müssen weiter hin. Na, jetzt musst du zeigen. Und ich muss jubeln. Da geht auch die Sonne unter. Voll gut. Warte nach links. Ich geh' schnell auf Toilette. Aber volle Karte nach links. Mh, bänden! Du kannst so langsam wieder gerade werden. Wir fahren direkt auf dieses Felsen zu. Oh oh. Jetzt nur noch gerade. Nee, geht nicht ganz gerade, weil da ist nämlich der Fels. Ich muss kurz ein bisschen ausweichen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Schon zu viel. Ich kann auch nicht dran vorbeischrabbeln. So. Wieder zurück. Diese große oder diese kleine Insel? Man muss auf jeden Fall voll nach links jetzt. Okay, gut. Da hinten ist die Insel. So. Ah, okay, gut. Na, das Fass geleert? Nee, wir haben doch vorhin Schiffe gesehen. Ja, mein Fass ist geleert. Uff. So. Hab ich was verpasst? Mach mal schon mal die Segel runter. Sind wir schon da? Die Kleine da. Die Kleine rechts. Bisschen nach rechts. Sag mal. Ist das die Insel? Ja, ein bisschen rechts. Der Seegang ist klasse. Ja. Oh, jetzt haben wir sie entdeckt. Sadie. Hallo. Mal da. Oh, jetzt. Ja, dann noch ein bisschen. Und jetzt kann sie gerade. Okay, Segel hoch. Hab ich schon beide. Ja. Aber hier hinten noch nicht. Jetzt sind wir ein bisschen weit weg. Brennt es hinter uns? Ja, eins ist noch ausgefahren. Eigentlich sollten wir uns noch bewegen. Ja. Du musst weiter nach links ein bisschen. Mhm. Wir können schon so langsam mal... Aua, nee, nee. Nee, 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 nee. Das ist ja schon strahend. Das machen wir noch ein bisschen hoch. Da warten sie schon auf uns. Das ist doch ein gutes Tempo, oder ne? Ja. Kann man nur zwei Wurf machen. So. Jetzt könnt ihr Ankerleisch dann... Ist da Haie? Ist da Haie? Ist da Haie? Ne, das sind Fische. Guck mal, es war gut, dass wir hier gehalten haben in den Sandbänken, wa? Mhm. Oh, das ist genau hier. Okay. Guck mal, wie knapp das war. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Also. Wir sitzen quasi auf dem Moosbett. Auf dem Algenbett. Okay, Leute. Na ja, du alte Makrele. Das war's schon? Da kommt ja hier der Bus wieder. Da kommt ja hier. Da kommen sie. Bam, Junge. Na ja, was seh ich da? Was entblickt mein Auge? Gleich wieder looten, weißt du? Oh, da sind noch lange schon viele. So. Ist doch nicht vorbei. Pass auf hinter dir, Diggi! Hier sind auch Kanonkugeln. Na, guck mal. Kanonkugeln endlich mal. Oh, da ist er. In your face. Ist eigentlich Friendly Fire an, ne? Ne. Juhu! Er hat mich besiegt. Hat wieder jemand den Schädel gekriegt? Ach, hier liegt er ja. Meiner. Hehe. Auch ein grüner. Ja, der flüstert echt. Okay, Leute. Looten. Alles looten. Boah, ich bin fertig mit looten. Habe ich den jetzt im Inventar oder habe ich den wieder hingelegt? Ich habe ihn wieder hingelegt. Hier sind zwei Holz weiter noch drin. Bis. Jo, Happen. Hier sind noch Bananen. Holz breiter. Holz breiter. Was war hier noch? Alles voll. Und hier? Na, hier sind auch noch Holz breiter. Ich bin auch voll. Ich bin auch voll. Wir haben aber echt gut gehalten, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir wären besser, Leute. Wir wären besser. Dann müssen wir den Schädel wegbringen. Ah, wir haben noch Kanonkugeln hier oben. Ah, das finde ich ein bisschen umständlich, dass das ist. Wenn du das extra auswählen musst. Ne, bei der Kiste hier oben nicht. Na gut, die musst du halt extra öffnen. Boah, voll der lila Himmel. Krass. Guck mal nach oben. Oh, da sind Polarlichter. Zieht euch das mal rein. Das sieht ja fett aus. Huch. Seht ihr das? Moment. Schnell. Vor's weg geht. Voll geil. Na, wir arbeiten. Genau, so ist es. Ich hab den Schädel, ich kann nicht mehr spielen. Danke, Lachdrezel. Wo sind denn die Lichtstoffe? Die ist nicht. Das grüne. Ah, so. Polarlichter. So. Ach, bin ich doof. Na ja, klettern wir nochmal hoch. Mein Wischi. So. Da hinten auch wieder ein Gewitter. Wir sind noch Holzbretter, vier Stück. So, Kanonenkugeln und hier. Es ist voll. Ist noch was drüben? Ja, hier. Nee, eigentlich nicht. Ich glaub. Okay, gut. Also ganz außen, wo du am Anfang warst, war noch irgendwie drei Holz oder so. Aber, äh, geht doch langsam. Jetzt haben wir hier noch Bretter. Und Kanonenkugeln. Nice. Wird doch langsam. Ist noch Wasser hier und Öl. Wasser im Keller. So, ich muss drauf auf jeden Fall Muni. Die ist eigentlich unbegrenzt, wa? Voll gut. Was ist denn das für ein Geräusch, sag mal? Nicht, dass das die Krake ist, ey. Oh Gott. Ja bitte. Hab die Laternen ausgemacht. Jetzt ist das Geräusch wieder weg. Okay. Wollen wir gleich die nächsten machen? Dann haben wir alle drei hinter uns. Warte dahin. Ich hau's schon mal aufm Tür. Ach ne, ist noch gar nicht abgeschlossen? Nicht? Nö. Das andere war ja dann weg. Was steht denn da? Lass uns doch mal drauf gucken. Ach ne, doch. Ist aber weg. Welche ist denn das hier? Ach, das ist noch die, die du gemacht hattest. Müssen wir nochmal abbrechen. Kommt mal nochmal her, bitte. Mhm. Haben wir die nicht alle schon abgebrochen? Ja, die kam wahrscheinlich automatisch. Jetzt haben wir Silent King.